Jo Leute, was geht ihr damit herzlich? Willkommen zurück zu einem neuen Video mit dem Simon, eurem Gamerbrother, live aus Mittersell, beim Trainingslager vom FC Schalke 04. Netzwerk zahlt, Ehre. Nice. Nehm, Spaß beiseite, gute Besserungswünsche gehen natürlich an den Steini raus. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja mittlerweile auch schon bei ihm das Video gesehen, wie das Ganze mit seiner Nase passiert ist. Wenn nicht, werdet ihr es wahrscheinlich die Tage sehen. Ich habe auch noch ein kleines Special für euch. Ich habe mir nämlich mal den guten Suat Serra und den guten Nassim Bouchelab rausgepickt aus der Mannschaft und mit dem eine kleine Challenge aufgenommen. Suat, wenn du das siehst, du bist am Arsch, Bruder. Checkt das Ganze auf jeden Fall ab. Ich hoffe, es gefällt euch. Lasst einen fetten Daumen da, wenn ihr noch mehr von solchen Konten sehen wollt. Und jetzt gönnt euch die Ja-Nein-Nicht-Challenge. Mit Suat Serra und Nassim Bouchelab. Legendenvideo. Und damit herzlich willkommen zu dieser Ja-Nein-oder-Nicht-Challenge. Ich habe die noch nie aufgenommen. Wir haben hier zwei gute Jungs am Start. Ich habe gerade mit beiden gesprochen. Die wollen auf jeden Fall ihr Leben lang bei Schalke bleiben. Die werden jeweils den Verein wechseln. Das habe ich gerade noch klar gemacht. So ist es? Ja, toll. Ja, Freunde. Falls ihr das feiert, lasst einen Daumen da. Ja-Nein-Nicht-Challenge. Für die, die es nicht kennen. Jeder kriegt jetzt gleich ein paar Fragen vom anderen gestellt. Und darf diese Fragen nicht mit Ja, Yo, Nee, Nö, Nein nicht beantworten. Checkt die Jungs in der Beschreibung ab bei Instagram. Ich habe gehört, wer den folgt, kriegt auf jeden Fall richtig viel geschenkt. Und kriegt gar keinen Content, ne? Eine Schäde gehalten. Okay, dann kriegst du die erste Frage. Let's go. Dein Name ist Nassim. Genau. Du bist gerade 20 geworden. Könnte sein. Er ist nicht die Profi. Format verstanden? Auf jeden Fall. Trainingslager gut gewesen bis jetzt? Ja. Let's go. Name ist Prozera? No. Hä? Treckwacke. Genau, genau das. So, ich habe No verstanden. Das Format habe ich jetzt verstanden. Wo? Meinst du jetzt ernst? Ja. Auf jeden Fall. Cooler. 22 Jahre? Auf jeden Fall. Nach der Uhr 21 Uhr Urlaub gegönnt? Zwei Wochen. Gut Sonne getan. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ich habe es zehnmal gesagt, aber egal. Derby Sieg und zwei Worte Karten gegen Dortmund, wo es hier zufrieden ist. Brutal. Bester Spieler im Schalke-Kader. Mit Schlüssel. Nichts, aber egal. Also, man kann doch nicht. Würde ich nichts. Doch, stimmt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Oha. Danke. Ja, müß. Der Name ist in der Entschuldigung. Richtig. Auf YouTube, Gamer, oder? Oha. Ich weiß nicht, was... Ich weiß mich nicht. Ich weiß nicht, wie ich darauf antworten sollte. Hä, das ist voll scheiße, das Format. Oder nur einfach blöd. Ist er happy mit deiner Vorbereitung? Sicher. Schalke ist geiler als Dortmund? Findet jeder, aber... Findet jeder. Richtiger Experte! Wird Dortmund Meister? Ich denke... Eventuell. 1,5 Millionen Mark wert, bei Transfermarkt. Zu wenig? Geht mehr. Meinung gab es nur, dass du letztes Jahr keine Ultimate-Team-Karte hattest? Schade. Du hast Sera ist besser als FIFA? Keiner von träumen. Bruder, was. Ich kann nicht spielen, Bruder. Deine beste Weekend, die bleibt in etwa 10 Sieger. Nein. Oh, Mann. Blöd. Schalke ist besser als Dortmund? Niemals. Zählt das? Was? Zählt das? Niemals. Er hat gesagt, Schalke ist besser als Dortmund. Niemals. Ah, Bruder, Bruder. Klass. Ich hab einen Freund falsch geschlafen, Bruder. Ich war zu konzentriert, jetzt echt fein. Hey! Was wollen wir jetzt? Das Format ist geil, genau dafür ist es da. Ey, aber du hast eine Frage gestellt. Bei dir sind wir schon ziemlich weit, ne? Ja, ich hab zwei Fragen als Mord. Schwalke-Fans. Auf jeden Fall. Geboren am 13. Juni. Definitiv. Heimat statt Herne. Klau. 700 Kabos auf YouTube. Sia. Ja, Sia. Das hab ich ja gesagt. Nein, das hab ich nein gesagt. Ey, der hat das studiert, das Format. Das ist so lächerlich, ne? Warum kenne ich vier steinste Skills in FIFA? Kommen noch. Kommen noch? Ja. Hey, Juni. Hey, Juni. Schalke kommt nach Europa. Muss. Guillermo Gora ist der beste FIFA-Youtuber. Du sagst es. Du kannst starten, Mann. Was für die nächste Saison starten? Das ist mein Bruder. Auf jeden Fall. Lass uns zum größeren FIFA-Youtuber. Bruder, niemals. Let's go. Wird kommt ein neuer Trick? Habe ich angekündigt. Dieser Trick? Ey, Scheiße. Äh. Äh. Was soll ich da drauf sagen? Es kommt keiner. Was? Was soll man? Wie kann man sowas verneinen? Ey, das ist so mies, ne? Wenn du den Dinger vorgestellst, die Schwester. Vor allem, er macht... Er hat richtig... Ich glaube, der Expert, der stellt die ganze Zeit Gegenfragen. Wie wäre das so richtig rauskommen? Bei Oli, ne? Eins gegen eins auf FIFA. Gegen mich, easy win. Keine Chance. Wie wie sowas? Erst recht. Nicht. Nächstes FIFA World to Glory ohne Geld aufgeben, ne? Ich glaube, eher weniger. Ja, aber wenn man FIFA 19 sieht, war's ziemlich günstig, ne? Quasi umsonst. Hat diese Schupech macht bessere Videos als du? In welcher Welt, Bruder? Angst vor der nächsten Fußball-Chemich. Ich stehe, äh, ja glücklicherweise... Eher... Gerade... Weniger... Zwischen den Pfosten. Verdammt verstanden, Bruder. Der war noch halbdeutsch. Stolz, ein Teil von Schranker zu sein? Auf jeden Fall. Klassiker. Zufrieden mit deinem YouTube, ja? Ja? Jaaaa! Ja, Freunde, damit steht's fest. Ja, ganz easy durch das Format hier rasiert. Ich hoffe, ihr habt das Ganze gefallen, wenn ja... Lasst einen Daumen da, checkt die beiden Boys ab. Ich hab gehört, die können ein bisschen Fußball spielen. FIFA auch. Lasst einen Daumen da, checkt die beiden Jungs ab. Wir sind raus, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, Bruder. Das war's.